Wenn man die Beheime rausgeht, dann auch wenn man die Zeit nicht fliegt, Menschen haben die Beheime im Stief. Und das ist normal, ja, so wie man hat dann ein Auto, wenn man die Beheime geht. So, die ist nur ein Luch, aber Menschen sind mit Silber auf der Schweiz verletzt. Das heißt, dass die Beheime nicht arbeiten, sondern es geht nicht. Jetzt, wenn ich gehe raus, die Beheime in die Gase, ich will drauflegen, einen Asen auf der Beheime im Kopf, denn der Beheime soll nicht weglaufen, aber der muss nur einen mit dem Hinten. Einer hat der Hinten, und der legt den Hinten auf den Hinten, und der muss auch nicht auf den Hinten spazieren. Ja, so, die Menschen, die blinde Menschen, ja, sie dürfen nur einen Hinten. Ja, es ist kein Problem für mich, denn sie dürfen nur einen Hinten. Ja, jetzt, der Schale aber ist, als ich gehe in den Gase, wie die Gase-Regisseur haben, ja, so die Gummurren in Sadafumasch trägt, weil er nicht von der Hinten weglaufen wird. Und der Klala sagt, ob es das gemacht worden ist, die Hinten der Hinten, und der Lucha mit mir, ob es das gemacht worden ist, ob es das gemacht worden ist, mehr als die Hinten der Hinten. Lachen wir sagen, ich habe einen kleinen Hinten auf den Hinten, aber es fehlt nicht aus, das heißt in anderen Worten, ich mache ihn aber heim, er soll trugen, nicht alles? Ja, das ist durch nicht, das heißt, ich schweiße es bei ihm. So, die Menschen, welche Sache heißt normal, und welche Sache ist nicht normal? Bei mir ist ein Hinten, was ist ein Hinten? So, die Menschen, die Gummurren in der Hinten, der Hinten ist ein Hinten, das liegt in den Kopf. So, die Menschen, die Gummurren in der Hinten mit der Hinten, und nachher ist der Gummur, wo es ist an der Kive. An der Kive Gummur, das ist ein Film aus dem Hinten, diese Donald Trump, die Gummurren in der Hinten, das schweiße ein Hinten, es gibt es einen Filmregel, das ist ein Filmregel, und so geht es um den Filmregel, und dann geht es um den Filmregel, das ist ein Filmregel. Das ist ein Filmregel, das steht in den Filmregel, und das ist ein Filmregel. Das ist eine Katham, auf dem Filmregel, wo die Gummurren in der Hinten, das läuft in den Lied, wo wir uns herunterzählen, Und in allen Schirr, alle Beheimen, die sie entscheiden, sie sollen mit der Strik, wie die Muschla Hint, die Kätz, sie schießen mit Schirr und nicht schluchzen mit Schirr. Bein die Schabbos, die er ausgaben mit der Strik, das heißt, dass sie nicht heute tun, weil jede Sache, die sie gemacht hat, in der Beheimen, ist normal. Also wie in Malbisch, wo es nicht die Schabbos, die Menschen ausgaben mit der Kleider, er trug die Kleider. Aber der Tere ist, dass jede Sache, die sie gemacht hat, in der Mensch, ist ein Heilig von dem Mensch. Die selbe Sache ist, die selbe Sache ist, in der Beheimen, ob die sie gemacht haben, sie hittet in der Beheimen, so die Gmorde wird das Buttel zu der Beheimen. Noch eine Sache, so die Menschen, wenn man schluchzen, ein bisschen, wenn man es, wenn man es, wenn man es, ziehen, statt man, als der Mensch, wo es gar nicht spazieren, mit Schabbos, so die Gmorde, ein sehr unkappende Strik, so heißt es nicht heute zu, als er trugt. Weil, weil dieses ist ein Heilig von der Beheimen, heißt es nicht, er trugt, es ist nicht, er trugt, es ist ein Heilig von der Beheimen. Und meine, so die Menschen, in der Beheimen trugt er nicht, meine, so die Menschen, ein sehr schluchzen, Schabbos, schießt, es hat gesagt, es ist ein blinder Mensch, geht mit der Hand. So die Gmorde, ein sehr unkappende Strik, und dann vielleicht geht es an den Regisseur ab. Ja, aber was? Weil es heißt, es trugt den Strik, weil eigentlich Heilig ist zu der Beheimen, und meine, wegen dem, heißt es nicht, ich kann heute zu. Das ist ein bekannte Wort von der Tanja, der Tanja, hat er mir gesucht, hat er drüge, auf der Platz, hat er gesagt, als ein Nigen, hat der Mordige Koyach, man singt den Heiligen Nigen, hat das der Mordige Koyach rauszuschleppen am Mensch von seinem Thema. Dus hat er gesagt, alle Balei der Schir, die alle Menschen, die haben lieben mit Jusik, zu singen, Jöjzum, keine Rostgain, keine Rostgain von Saria, als er Hades, bei Schirr mit ein Nigen, wenn im Schuchem, sie können nicht so werden, zu der Ei bestür, bei Schirr mit ein Nigen. Wenn ich den, in Lemussel Lubavitsch, das ist einmal gewährende Minik, als Pfarrer verbringt, wenn man mit einem Nigen kann man nicht so werden, zu der Ei bestür. Sog die Mischner, im Masen allein, in Wettablen mit dem Koyman, und Mischner sucht, Tomlomuschel, der Strik, ich geworriere Tome, sog die Mischner, im Masen allein, kann man spritzen, spritzen mit dem Eichhattes, auf der Mustachstelle, wenn der Teure steht, der Tome sagt, wer Tome, ich spritze mich schlich, ich schwie. Sog die Mischner, man kann spritzen, beschadet, was ist connected zu der Ei. Ich such nicht, als Tome sei wer Tome, darf man das herupnehmen von der Bahime. Er möchte sie spritzen, wenn sie is beim Koyman, wenn sie is auf der Bahime, wir sehen später, die Mischner wusste ich, in der selben Sache, ist Tome im Koyman. Lass uns sagen, er will Tome, der Asen ist Tome geworden, von der Messe. Und er will es Tome. Sog die Mischner, darf man sich herupnehmen von der Bahime, in Tome in der Mikve. Er kann nicht mehr mit der Bahime, er anlegen in der Mikve, mit der Bahime, in der Asen soll sich Tome mit der Bahime. So heißt es, Kachazitze. Wir sehen in die Mischner. Sog die Mischner, mein Nacken begutten, sog die Mischner, wo es das Gute, sog die Mischner umherabben, war Guna, Nacken, sogivrisse, seza waase Gummel, sog die Mischner beperzelt, beperzelt, mit der, mit der, mit der Strik, was sie gemacht von Asen. Sog die Mischner, sog das die, die Nacken, da ist eine Gewein, da ist eine Gewein, da ist eine Gewein, da waase Gummel, wo sie sind in der Kaivis, da ist eine Zartse Wildewitte, sog die Mischner, man darf leigen nach Asen, und der Asen, man legt es ran, in der Nuss, sog die Mischner beperzelt, man legt es durch die Beine, in der Nuss, in der Zoi, das ist der einzige Weg, sog die Mischner beperzelt, live die Kitz, beperzelt, sog die Mischner umherabben, ach, am Mischner, libe, sag am Mischner, was kimpft, in Stutt Liv, beperzelt, die Pärzelt, auch mit der Asen, sogt das Sort Asen, sog die Mischner, leibig, schulde, zesel, leibig, 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 im Ziegang, kaufen, er gewollt, um, alsa Donki, a Chamura meint, a Donki, von Liv, sog die Gimura, zuri leib, zuri, om ze, angewickelte Geld, in Stuttul, leibig, saare, zesel, schick, lam, zum Tausend Dollar, ziegang, kaufen, a Chamur, von Liv, ham, zahem, zuri, geschickt, de ganze Geld, in der Päckl, von Geld, ham, ze, angelegt, Barli, zahem, gewollt, zung, frem, a Message, se, zi, waad, se, ga, brengen, fe, leib, a Chamur, is, zi, waad, kest, nemmen, da Chamur, vada, has, bad, dira, daheim, gim, not, zah, esen, se, oire, in Barli, e, te, zahem, a Zer, dweer, na, starke Chamur, zudig, gemore, um, rvido mishmil, machlif el efneer, te, tellmidimumum, gefreg t пар Po, a Message, leibrum, tobe zi, eike, am improve gedrayt, am mishne steht, memeg an a plum cumul, met an Aavser, anake, met a 9, vretning beruvis us parkert, en im bevilla gummal, zal rozgang mod a 10 seven, was tactsну man gummal, desult desuchir gummal, zamele с Nadam e a 10, Pittsburgh, zim meg, an �ig, am super prêt, Zijan, nekaiwe, gummal, ya dus anake, So die Gummura so, nacken bei Abser, an nacken soll er rausgehen mit der Abser, so die Gummura, was ist da, an der Kaiwe Gummell, was ist da zu wilder, so haben wir einen Stammer Abser, so die Gummura, Leute, bei ihr Loch. Nein, wir tun nicht. Kommt alle mit dabei, setzt sich nicht hüten, aber jetzt legt ein Stammer Streck auf seinen Hals, er hat sich ausgerissen, der nacken sagt zu wilder Gummell, so habe ich auch nicht aufgeteilt. Die Gummura tarnet die ganze Sache, wo sich mega rausgehen mit der Streck, mit der Asen, was sie hüte bei ihm, aber wenn sie hüte nicht, ist es da maße, es gibt auch Struck, da drübt, so die Gummura, die Gummura, Gummell, bei der Gummura, so die Gummura, so die Gummura, was sie nicht mit der Abser, so die Gummura, so die Gummura, so die Gummura, so die Gummura sagt, so die Gummura, so die Gummura, so die Gummura, so die Gummura, er macht das noch stärker, doch noch besser, dann sagt er so, so die Gummura, so das Gummura, so die Gummura, Sie haben hier das Sis und das Peret. Die Peret ist einer Beheimung, oder ist er gemacht von klein. Ja, von der Sis mit der Chemor. So wie groß ihr die vier? Er will die Mite. Er will die Mite. Er will die Mite. Er will die Mite hier mit der Mite. Aber die Mite nicht mit der Mite. Und wenn die Mite mit der Mite werfen, dass es nicht ist, dann leu die Mite nach dem Mite. Er will so von vier bei einem, der vier bei einem ist mega nach Hause gehalten, aber nur die vier. Er rechnet aus, er rechnet aus, er rechnet aus, 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 aus. Aber er rechnet nicht aus Nakel. Weil Nakel in der Kaiwe-Gumal tut nicht. So die Gummire, so die Gummire, so die Gummire, weil sie größere schmieren. Ja, aber für uns, ähm, für uns, ähm, für uns will der Mama sagen Nakel bei Abser, weil, weil sie hilft nicht, wenn sie mir frei gelernt. Weil der Nakel wird nicht gehitten mit der Abser. So die Gummire, wenn wir es nicht drinnen, In dem Menschen haben wir gelehrt, dass sie kein Wehren gibt mit der Afsar auch. Das hat sich gesagt nicht, dass wir bald, als der Afsar ist sie weinig, nur weil sie gesagt haben, dass wir die bessere Schmieren dürfen, aber es geht sich nicht. Das heißt, wie die Gummire hat gesagt, dass die Nage mit der Afsar sicher nicht geht. Der Zivilte mit der Gummelt, der in der Kaufe Gummelt, der Zivilte mit der Gummelt hilft nicht an der Afsar. Aber so die Gummire hat Liefdekes, so die Gummire hat sich gesagt, in der Kaufe Gummelt, der möchte mit der Gummelt, aber das ist auch das mit der Gummelt und zu schmieren. So die Gummire, die wir kennen. Jetzt genau. Ansonsten an die Gummelt, was der Ge です mit dem Gummelt, der Zivilte auf den Hals, die Gummelt, die Gummelt, was von den Gummelt, angetaue ich. So die Gummelt, das, dass der Gummelt, und wie sie das nicht. So wie sie das nicht. Ansonsten anziend, wer oder nicht? Einer geht mit dem Gummelt, der Gummelt mit dem Gummelt, will sie mit dem Gummelt. In den Gummelt, Sie müssen mich sagen, So, ich habe einen Strick, einer geht raus mit einem Beeren. Die Menschen haben Beeren. Ja, sie haben Beeren für ihre Pette. So, die Mutter will rausgehen mit den Beeren in den Gassen. Er legt einen Strick auf seinen Hals. So, die Mutter, das ist nicht. Die Beeren kommen raus, nicht an die Wand. Die Mutter hat mich geholfen, er hat mich zu sagen, er hat mich zu sagen, und er legt den Strick auf den Dock. So, die Mutter hat mich zu sagen, so, ich weiß, was du machst. Er hat die Hälfte. Die Mutter hat mich zu lassen. So, die Mutter hat mich zu sagen, Sie sagen, wir haben einen dyspulnen, ich habe den Kätz. Und er hat einen Asen. Ich sage, du meinen, das bist du nicht mit dem Stamm-Halstrick. Ich sage, ich sage, ich habe einen Masse. Hier bist du nicht mit dem Asen. Du hast einen Plen-Halstrick. Ich meine, du machst, wir machen an, die Mädels, die ist, die ihr, die sind. Das tut mir nicht. Das ist die Kätz. Die Mutter hat mich zu sagen, das ist nicht mit dem Strick. Ich darf keine Asen. Damit ist der Asen noch besser. Das ist meine größere Asen. Ich meine, du hast die Sache mit den kleinen Schmieren, wenn du nicht mit dem Schmieren und mit den größeren Schmieren so die Gmur des Amachloikes ziehst du die Gmur des Amachloikes. Um die Winnahe Bachir, um die Schmiel, dann geht es um die Chananje. Das ist um die Chananje, als Wuss, als Amtieres, als die Gmur des Amachloikes, so die Gmur des Amachloikes nicht kann Masse. Vielleicht kennen wir mal kleine Schmier, aber auch die größere Schmier, nicht kann Masse. Verzeih, die Gmur des Amachloikes, allein wie ein Breitere Winnahe Bachir, wenn Rabbe bei der Winnah, haben Kozlobe Orche, sind gegangen unterwegs. Das ist das. allein wie ein Rabbe sind gegangen unterwegs, in seine Gefahren auf Donkeys. Kodme Chamre de Leivy, Lechamre de Rabbe bei der Winnah. Der Donkeys von Leivy hat sich gefedet, zwei Rabbe bei der Winnah. In Eret Gmur des Amachloikes hat sich beteut. Das war ein Plan. Der Donkeys hat sich gefedet. All das Dates der Rabbe bei der Winnah. Rabbe bei der Winnah hat sich geliebte, aber bei einem Schmier, Rabbe bei der Winnah hat sich gedacht, dass er gewinnt gräser von ihm. Er gewinnt gräser gut und beteuer. In Eret Gmur des Amachloikes hat sich beteut. So die Gmur umelei, einmal die Milze, lasse, lasse, die Gmur des Amachloikes hat sich beteut. Sie haben gefragt, dass er eine Machloike, die wir mit dem Gmur des Amachloikes schmieren. Das war ein Gräser, das war ein Gräser. Ich meine, dass er ein Gräser in den Rost zu bringen, also ein Machloike, das ist ein Wilder Zap, mit dem hat er sich gefedet. Dann haben Sie gefragt, dass er eine Machloike, die wir mit dem Gräser schmieren. Die Gmur des Amachloikes hat sich geliebte, also ich dann dachte, das dachte, also Leivy ist geweing, Leivy ist geweing, das Sein von Rabbe bei der Winnah. Also, dann dachte, hat er noch gesagt, und dann hat er noch ein Gräser, die Gmur des Amachloike, die Gmur des Amachloike, die Gmur des Amachloike, das ist ein Mieter. Ich sage, warte mal, ich meine, bei mir ist es schon beruhigt, also wenn es einen Weg ist, dass er ein Glas wissen, was er gewinnt, was er nicht gewinnt, was er bedarf kann. So, so, die zweite Frage, zum Gleinemus Hechtes Bruches, einmal haben wir den Bedrochen. Wenn eine Gait unterwegs, ja, haben wir gesehen, man soll nicht geben, kann Covid, einer von dem Zweiten, weil wir tun haben, zu geben Covid, zwei Cars fahren, die zwei Cars fahren, die fahren, die fahren, die fahren, so, dass es nicht geht. Mit machen, dass es nicht geht. So, so, wie kommt er an, du Covid in den Gas? So, 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 wenn zwei Cars fuhren zusammen, sie fuhren ein ganzer Zeit zusammen, aber das ist auch immer, in der Garese. Die ganze Sache, die Gmur des Amachloike meint, ist kein Mensch zusammen. Ich fuhre auf der Highway, ich sehe, dort, ein Fuhreiner, in der Back, hinter mir, ich fuhre auf der Psa, die Gmur des Amachloike meint, so, die Gmur, stelle dich nicht auf das Mechabe sein, in der Weg ist man nicht Mechabe. Aber zwei Menschen fuhren zusammen, sind in der Nachricht gegangen zusammen, aber das ist auch Mechabe sein. Die Sada, du verriest, weil, wenn ich fuhre zusammen, kann ich mich ausstellen, die ganze Zeit, hier ist auch kein Echt. Wenn, die Gmur des Amachloike getroffen hat, zweitens gehen wir nicht zusammen, dann weiß ich, wie heißt, du Mechabe zu einem Menschen, jetzt nicht ganz Zeit, Mechabe zu einem Menschen. Ja, aber es ist auch immer so, bei dem die Gmur des Amachloike fuhren zusammen, weil dem hat nicht gepasst, aber es soll nicht Mechabe sein, okay? Ein Sekund.